Und da sind wir auch direkt schon wieder bei Donkey Kong 64. Ah, wir können fliegen. Das war das. Ach das, oh, das Horn hat geschmackt. So, mit dem wollen wir jetzt auch schon die Bananen. Weil ich wollte mit Lenk jetzt noch eine ruhige Vollmache. Weil es jetzt gar nicht mehr so viel ist. Dann kommen wir auf jeden Fall, können wir zum nächsten Gebiet gehen. Da ist ja auch noch ein Ding offen. 80 Stück. Schauen wir mal, wie viel wir noch im Endeffekt haben. Oh, wir sind eigentlich doch eigentlich relativ gut dabei. Ja. So, jetzt hätten wir nur noch Tiny. Ja, da ist der Ausgang oder so irgendwie, ne? Ja. Hm, ne, da war ein Tauscher. Glaube ich mal. Jetzt kommen wir jetzt noch Tiny. Und schwimmen einmal ums See rum. Sammeln uns noch da die restlichen Bananen ein. Dann gehen wir erstmal raus aus dem Level. Dann climben wir uns noch ins nächste Level. Und ich mach dann, je nachdem wie die Folgenlänge ist, jetzt einen Cut danach. Oder schauen wir uns noch an, was wir im Level uns erwartet. So, jetzt erstmal hier tauchen. So wie sie erstmal jetzt lange bei mir dauert, obwohl. Nein, da wird schon verfehlt, die erst nicht war zu schnell. So, ganz ruhig. So, ganz ruhig. So, ganz ruhig. Wenn wir draufsteuern. Ui. Das ist jetzt nicht so einfach. So, haben wir auch. So, unsere 300 Bananen könnten wir so easy zusammen kriegen eigentlich. So, da haben wir. Da ist noch. Ja, da haben wir erstmal nichts. Gut. Dann gehen wir kurz. Safen. Ja, ich bin sicher, dass ich in ein neues Level möchte. Und wir schauen uns mal das neue Level an. Dann gehen wir noch die Bilder abgehen können, aber das ist ja auch egal. Da haben wir hinter noch was. Okay, Frut-Apparate. Ah, da müssen wir hin. War ich nicht. Ah. Knapp. Sehr schlimm wir noch das vorne das. Muss halt zum nächsten, oder zum vorigen Level kommen. Dün, dün, dün. Da unten hatten wir ja alles besiegt. Dann gehen wir erstmal einmal rum. Manchmal erwartet uns, da kann ich noch irgendwas öffnen mit irgendwelchen Affen. Was ist denn das Wort des Affen? Guck mal. Ah, kann ich noch nicht aktivieren. Muss ich ja erst kaufen oder so. oder in einem Level aktivieren lassen. Das hat man schon dahinter. Gut. Ab hoch. Zack. Wir haben noch die alte Thuse da vorne. Mit den Feen. Da waren wir ja schon drin. Ah, schmeißt du mal wieder fleißig ein paar Dinger runter. Ich komme dir da schon hoch. Was haben wir hier? Hier ist doch so eine komische... Ah. Okay, auch sehr coole. Das fährt zu Cinder. Da kommen wir drüber. Ah. Okay. Ja. Gut. Hab ich jetzt gesagt. Ne? Ne? Wohnt keine Angst haben, dass wir uns die Langweil aufkommen. Der Turm, der ist doch mal klimbar. Natürlich. Ich würde nicht so liebend gerne nochmal den Turm und laufen. Weil es ja auch nicht so eine Nummer ist, wo man ein Pet hat oder so. Da wollen wir nicht so viel faseln. Davon gehe ich nicht immer. Ey. Was haben wir jetzt hier? Gehen ein Steinmensch, ein Labor und ein Diddy. Ne? 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 Schauen wir mal was. Schauen wir mal was Diddy hier noch machen kann. Schauen wir mal kurz hoch. Ah ja, ich kann hier ein Level machen. Komm mal so gerade da rein. Gucken wir mal was wir da für ein Level haben. Was müssen wir denn haben? Banane, 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 ne? Ja. Dann kommt immer die Banane nach Kokosnuss, ne? Hier kommt sie nach Melone oder nach Ananas. Ah. Okay, nach Ananas. Nach Kokosnuss oder nach Fläumchen? Nach Kokosnuss. Jawohl. Gut. Gut. Ach, wir müssen drei mal haben. Ach so. Ja gut, dann. Willkommen zur Bonus-Stage. Kokosnuss, Ananas, Ananas. Ne. Kokosnuss, Ananas, Kokosnuss, Ananas. Kann man sie eigentlich relativ merken. Okay. Ah. Okay. Schnell durch. Nein. Schnell nochmal durch. Nein. Ach, das tut schon wieder nix. Na gut. Das war ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen glücklich. Da habe ich mich auf die Sachen zu sehr konzentriert. Okay. Ganz schön ruhig. Entspannt. Alle guten Dinge sind zehn immer. Ja. Dann mal los. Ah, das war jetzt natürlich mies. Ach komm. Ah, das gibt's doch nicht. Ach, das gibt's doch nicht. 20 Sekunden ab. Alle guten Dinge sind zehn. Wie gesagt. Ach, Mensch. Der macht auch, wenn man da klickt, geht der meist immer noch einen da drüber. Das ist halt ein bisschen blöd in dem Sinne. Ach so drei und dann ist verkackt der vierte, weil der da drüber geht. Am Anfang ist das nicht so schlimm, das kriegst du eben durch. Ja, ja, ich verstehe wie das geht. So. Da ist es wieder zum Beispiel. Da klicke ich genau drauf, wenn ich sehe. Ah, ist da die Arschkarte. Ach komm. So gut kann man doch nicht sein. Das schaffe ich schon wieder nicht. Ah. Menno. Lass er jetzt hier noch schaffen. Willkommen zur Bonus-Stage. Betty Bo Bandit. B, B, B. Ah ja. Okay, wir konzentrieren uns und go. Nein. Was gibt's doch nicht. Ach komm schon. Ach komm schon. Oh, das gibt's nicht. Ich mach gleich einen kurzen Cut. Mach's dann schnell. So, dass wir's haben. Deswegen. Bad luck. Ich mach einen kurzen Cut. Häng das gleich hinten dran. Und dann sehen wir uns sofort wieder, wenn ich die letzte Banane in dem Spiel habe. Bis gleich. So. Ich hab's jetzt endlich geschafft. Ich konnte euch nicht mehr zeigen, wie es am Ende war. Aber die Banane ist da. Ich hab grad noch die Banane eingeholt und ich wollte eigentlich noch mit euch da hoch gehen. Das war eigentlich der übliche Plan. Aber ich hab's jetzt endlich geschafft. Oh. Was ist das denn? Okay. Dann bin ich jetzt hingekommen. Also zufällig, oder? Ja, es scheint nur zufällig jetzt runtergefallen zu sein. Gehen wir mal kurz rüber und holen uns Donkey, ne? Wenn er da eh noch eine Banane kriegt. Oh, monst sie noch. Ja, das Ding hat mich, glaub ich, irgendwie 6-7 Minuten Nerven gekostet, muss ich euch sagen. Das war für mich nicht ohne. Und schon sagt's hier, was wird dazu. Oh, 2, 2, 2. Dann hab ich den letzten immer so verkackt, kurz vor Sekunden. Jetzt hab ich zweimal geschafft, dass ich so... Jetzt hatte ich eine Sekunde noch und dann kam grad das Wheel. Dann hab ich gedrückt und dann kam Badluck. Wie das gerade. Das war auch Badluck. Dann hatte ich mehrmals zweimal und hab's dann halt in den letzten Sekunden als richtig verkackt immer. Muss ich wirklich sagen, dann hab ich's wirklich verkackt. Das ist nicht feierlich gewesen. Jetzt hatte ich ja den... Gerade den letzten Mal, wo ich dachte so... Boah, wenn das jetzt noch einmal geht... Dann hörst du jetzt auf und machst das beim nächsten Mal in Ruhe. Aber dann wollte doch jemand mir sagen... Das schiffst du dann. Hast du das saubern? Und das hab ich ja auch hingekriegt, sauber. So, jetzt war das hier. Runterfaulen. Runterfallen, ne? Zack. 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 Show Mona. Ich hab schon eine Banane für uns. So. Tiny hat hier noch keiner. Genau. Oh Gott, er kriegt, glaub ich, zwischen Ohne eine. Und der andere Konk. Jetzt gehen wir erstmal nochmal hoch. Sowieso mit Donkey Kong irgendwie extrem schwieriger. Geht als mit. Ich glaube, weil die, die ja auch höher springen kann. Diese Affe, ne? Lass nicht solche Sprünge da oben sein. Einfach nur vorbeilassen. Ich bin Arzt. Bananenarzt. Schnell, 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 schnell. Weil die hier runterfallen, wechsle ich wieder auf die, die da kommt. Ah, ändere dich. Weit nach oben. Nein. Lass mich doch gerne vorbei. Schauen wir mal, was hier einem abgeht. Manchmal verschickt sich ja, wie was. Wie gerade eben da. Oh, wir haben eigentlich ne Nummer 4. Wir haben eigentlich ne Nummer hier. Schauen wir mal, was uns doch der Weiler wartet. Was haben wir denn? Helikopter? Guck mal, da brauchen wir nur 15. Ach, dafür kriegt man auch, glaub ich, die. Nur 15 Stück. Da würde ich sagen. Das wird auf jeden Fall als nächstes gemacht, das Level. Schauen wir mal kurz rein. Schauen wir uns das Gebiet an, was und so weiter. Ach, wir kriegen noch ein kleines Filmchen zum Ende. Ach, wir werden weiter. zähl du rastisch. Shать, mich selbst nicht, muss ich nicht. vimos oder? Aua, der freut sich nass ab. Oh, die Fabrik. Ich schaue mir noch kurz an. Ah, irgendwas kommt hier noch. Da ist unser Konki. Donkey Donkey noch kriegen. Help me. Gut. Aber ich würde sagen, ich habe erst jetzt das Schönen, wir haben jetzt 5 Minuten drauf. Das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde dieser Folge noch gut retten können. Ich würde jetzt sagen, ich werde jetzt hier, wo das Ding ist, hier was rum, ganz dort umkraxelt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall in diesem nächsten Level hier. Und bis dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei dem minimalen Pilzlevel, wo wir nicht viel geschafft haben. Nicht mal bis zum Boss, weil wir auch das falsche Level hatten. In dem Sinne, man hat es ja gesehen, 50 bei nahen da oben. Hier nur 15, was richtig billig war. Damit würde ich sagen, wir sehen uns bei den nächsten Donkey-Long-Followen. Bis dahin, euer Flash-Trippi. Und tschüss. 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 Tschüss.